Ihr wollt wissen, wofür man beim Film diese Filmklappe braucht? Oder ihr seid neugierig und wollt gerne mal erfahren, wie ein Schauspieler den Sturz von einem Hochhaus überlebt? Oder möchtet ihr mal beim Gladiator mitten in der Arena dabei sein und dem Löwe Augen in Auge gegenüberstehen? Dann schaut doch mal rein in unsere neue Sendung, Behind the Scenes. Wir blicken hinter die Kulissen von Film und Fernsehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017